Das Reiterstadion ist schon in die Jahre gekommen, aber für mich ist es noch lange kein Grund, das Stadion platt zu machen und dort Häuser hinzubauen. Das Reiterstadion ist unverzichtbarer Bestandteil des Leonberger Pferdemarkts und auch eine Teilbebauung der Fläche würde dafür sorgen, dass man die ganzen Veranstaltungen, die Tausende, Zehntausende Menschen aus Leonberg und der Region anziehen, nicht mehr hier an dieser Stelle durchführen könnte. Aber ich halte es für zwingend notwendig, diese Anlage, die zugegeben in die Jahre gekommen ist, zu ertüchtigen und natürlich auch nicht nur während des Pferdemarkts, sondern auch sonst unter dem Jahr in einen Zustand zu versetzen, der nicht nur von hohen Gräsern und Unkräutern begleitet ist, sondern dass auch hier außerhalb der Pferdemarktzeit Leben, Betrieb stattfinden kann, dass sich die Menschen hier an dieser Stelle zentral in der Stadt wohlfühlen können.